Gewöhnen wollte sie sich im Grunde an nichts. Sie fand, das würde den Lebensfluss hindern, weil man stehen bleibt und die Dinge, die einen umgeben, zu selbstverständlich werden. Katharina hatte ihr inzwischen einen Kaffee besorgt, etwas Heißes, ein ganz irdisches Getränk, damit kamen ihre Füße wieder auf die Erde. Reto kam, um sich zu verabschieden, an ihren Tisch. Ich bringe noch Maria nach Hause, dann fahre ich. Ihr sollt bitte sitzen bleiben, sie ruft euch heute Abend an. Max umarmte ihn. Kommt bald wieder, Reto. Ihr könnt ja, wenn ihr schulfrei habt, nach Stein am Rhein kommen und dann gehen wir beide segeln. Versprochen. Er hob Natascha hoch, gab ihr einen Kuss. Ciao, kleine Prinzessin. Katharina küsste ihn links, rechts, links. Agnes und Reto standen stocksteif voreinander und gaben sich die Hand. Danke, Reto, brachte Agnes gerade noch hervor. Er hielt ihre Hand keinen Augenblick länger als nötig und verließ dann geradezu fluchtartig die Terrasse. Natascha hatte diese kleine Szene genau beobachtet. Was war zwischen Oma und diesem Mann? Gestern hatte sie ihn noch auf den Mund geküsst. Und jetzt? Reto parkte vor Marias Haus einfach im Halteverbot, um sie nach oben bringen zu können. Mit großer Würde verabschiedete sie sich von ihm. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Meine junge Freundin ist bei mir. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen, Dr. Zumsteg. Und danke für alles. Langsam ging Reto die Treppe hinunter. Nach Hause. Was war das für ein Zuhause, wenn Agnes nicht mehr da sein würde und die laute Fröhlichkeit von Katharina nicht mehr durch das Haus schallte. Er hatte die Gegenwart von Agnes über seiner Wohnung immer wahrgenommen, auf ihren Alltag gelauscht. Er hörte sie aufstehen, duschen, herumwirbeln. Er nahm die Ruhe wahr, wenn sie an ihrem Schreibtisch saß und hörte, wann sie zu Bett ging. Auf Wiedersehen.